Herzlich Willkommen zurück zum letzten Mal von Hoppe und Saphir. Das ist jetzt der vierte Part. Und... Es ist schon... Es muss jetzt, glaube ich, hier lang. Was sieht denn schon? Die Kämpfe? Der Kämpfe? Der Kämpfe? Der Kämpfe? Tja... Auf der Rüte werde ich mir was fallen. Was mir alles sehr hilflich sein wird hier. Und... Das soll auch von Hoppe und Saphir. Was ist? Der Kämpfe? Der Kämpfe? Der Kämpfe ist cool. Der Kämpfe... Das ist auf der Rüte fahren. Der Kämpfe ist jetzt... Jetzt! Ok, aber gut. Ich will ein paar Puppe, werde ich... Hier auch kopieren. Kann ich selber... Verlust nicht. Okay, geht auch nicht. Oh, muss ich. Okay. Die Stärkung. Ähm, Pfund? Äh, das ist deutsch. Ja, das ist deutsch. Das ist deutsch. Machen wir noch ein bisschen. Gutsche Potschweide, mir das auch wieder. Oh, hier ist es. Ah, Pizio. Z-Zachs. Wird es jemals kommen... ...Wing... ...Wing... ...Wingal? Das ist aber ein cooles. Wir wollen eigentlich... ...Wingal? 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 Das sieht irgendwie komisch aus. ...Wingal? 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 Englisch. ...Oh, ich bin ja sicher. 10 4 5 6 7 7 8 9 10 14 15 19 Und dann noch ein Schalbini. Flatter. Und... Bei dem Schalbini kommt bei dem Kotuch den Wald. So, dann kann das jetzt noch voll. Die Wampel, die Schalbini. Und die Schalbini. Die Schalbini. Mit diesen Schalbini. Und dann kann es noch ein Schalbis. Und dann geht es wieder mit dem Schalbini. Oh, das ist gut. Das Feuer, das nervt richtig. Ach man, schmeck's nicht jetzt. So geht's. So geht's jetzt wieder mit dem Schalbini. Wie geht's denn mit dem Schalbini? Ja, ich hab mir Zeit. Ob so, was hast du denn schon gesagt? So, jetzt geht's. Was ist jetzt schon? Jetzt geht's nochmal schnell heilen. Oh Gott. So, ich bin schon. Oh Gott. So, ich bin schon. Oh Gott. J- their own mir problem Bzw contrat hei Morde get the power Schmau 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 Ich werde wieder. Ist das auch schon ein paar Mal hin? Achtung. Ich werde jetzt noch etwas antennen. Ich finde ich es auch nicht. Ben gerne. Ich will es! Ich will es! Ich guck mal was. Ich muss auch die Flüchtlinge kommen. Wie will ich denn das? Ah, das war nicht. Und dann schließt mal. Uff, oh. Er hat jetzt Müll. Er hat jetzt vergessen. Giffelwusen? Oh, das ist ein Falsch. Oh, das ist ein Falsch. Oh, das ist ein Falsch. Ich habe sie gebraucht. Ich habe es schon mal irgendwie. So im Heiler. Ja, da. Oh, das ist so. Ich werde es schlafen lassen. So. Oh, das ist das Video. Oh. Nein, Entschuldigung. Dann kannst du erst mal zu Schneider lernen. Das ist so ganz praktisch. Dass der Weg so lang sein muss. Das nervt. Jetzt kommt der Klettertyp hier. Hm, kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig eines von den Puppen im Knirz vorgesehen? Ich liebe dieses Puppen. Ich wollte dich eigentlich aus dem Enderallangriff von der Tourist-Lorten. Auf ewig, ewig im Knirrückwetter, oder? Das Wort macht dich ganz klar. Danke für die Unschirke. Ja, du Forscher von Diffen. Gibst du sofort die Papierbeherrung? Attacke! Du bist ein Puppen und genau, du musst mir bitte helfen. Guck, was machst du da eigentlich? Was? Was ist denn? Nehme, dass ich den Akku in den Weg stören kann. Genau da oben niemand. Du musst kein Skandalen sein. Waffe fliegen. Ist so typisch, oder? Waffe fliegen. Waffe fliegen. Waffe fliegen. Waffe fliegen. Ich komme noch einmal. Hm, das würde ich jetzt so gerne sagen. Brauchst ja keine Rommel mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach dem Tetons-Tit. Freude, lass ich dich gehen. Huhu, es war wohl mehr als knapp. Dank dir konnte ich ihm in diese wichtigen Papiere nicht schauen. Ich weiß. Ich gebe dir diesen Schül. Schül mir den zu vorbei ist, dann schon. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendetwas an die Daraus zu dir erledigen wollen? Oh, oh, das ist ja noch falsch. Ich darf keine Zeit verlieren. Und komm hier bloß zigzags. Ich hab das mitgenommen, damit es die ganzen Käferkollinger gesehen. Oh, so ein Trainer. Oh, okay. Oh, das ist ja noch ganz cool. Ich finde, die haben nicht Spaß am Abinale, oder? Eigentlich denke ich nur noch zu besser, aber eigentlich finde ich jetzt Papinelle nicht so. Ich habe keine Lust in mir jetzt. Ich habe keine Lust in mir jetzt. Ich habe keine Lust in mir. Ich habe keine Lust in mir. Ich habe keine Lust in mir. Aber ich habe keine Lust in mir. Ich bin mir nicht mehr da. 1.400 Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Wututsu, das ist gut. Jungu hat's jetzt. Das ist schon mal zu sein. Auch schon. Ja, das ist schon mal zu sein. Jetzt kommt leider weiter. Kann ich auch nicht sagen. Das ist schon mal so. Wir machen jetzt nicht mehr. Dann schnauze oder so. Nein, wir machen so. Ich gehe mal so. Ich gehe mal so, ich gehe mal so. Ich gehe mal so, ich gehe mal so. Ich gehe mal so. Ich hab's hier geblattet. Und egal wovon? Diesen Kampfbettel drinnen hier? Oh, ist doch ein Geheimnis aus meinem Wasserpappmann-Experte? Wie, du kennst mich nicht? Nein. Ich bin da auch nicht. Das ist okay. Das ist ein Kampfbettel drinnen. Ich bin da auch nicht. Aber da lag ich so an, wenn ich so ein Kampfbettel drinnen. Das war ja so viel. Das ist ja auch nicht so. Das ist echt cool. Und... Ist die Arena, glaub ich. Ja, okay. Im nächsten Part werde ich die Arena machen. Und Tschüss und... Und jetzt hier der Saison. Also auch frohes nächstes Jahr. Das war ja so, wenn ich dann noch nicht weiterleiten. Das war ja noch nicht. Jetzt, das war ja natürlich viel. Du musst doch noch mal sagen.